so zerstören wir nach und nach die halber das war noch nicht was die kurze die jahre vor ort auf geht mit der einige kuh was ist passiert heiliger holikau ich übersetze noch so ich gucke dann darauf ich umspiel so wir spielen ach so die rutscht vor zum rechten flügel in den linken ich bin halbieren gerade aus den fallen lassen und halb so wild auch was 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 nee dann gibt es auch bloß ein bisschen windig dezent ich einfach mal pumpenvorschleudern passt immer bis dann ich weiß gar nicht gehen wir mal mit den johann feuer ist schön was soll mit der bombe ist schön aber ist egal ich finde feuer besser auch was mit jedem was gar keine kraft okay ich versuche irgendwie mal auf festen oder jetzt ich habe nicht das ist der blieb ich das ist ja ja gut haben wir ja ich habe ja dann nämlich die mich okay und das fliegt noch nicht mehr lang soweit wir damit feld sind ernsthafter schauen am linken flügel ungefähr 74 prozent verborgen wir sehen die segel er wird die linke flügel kraft um die rechte flügel kraft links rechts das war so dass wir selbst nicht wir lassen uns überraschen ist sie lost ist ja verloren also kann man das ok da will ich nicht alles will ich nicht berühren als eis müsste das eigentlich auch schön können was freundlich doch auch jetzt noch ganz ganz schön enge passagen hier aber so drückt hier auch was gut tschüss tschüss ich wollte die anfassen ab durch die tür wird so richtig schwer ja alles klar ich nehme die metamomate ich habe überhaupt nicht mitgekriegt dass da was ist sagt rein fertig geht los ist ok ja kommen positiv schnauze halten ja letzte chance einzige chance nicht versagen auf geht's bei der heavy lobster den kämpft schon groß wurde davon alleine wie schön kommt das von hinten der lobster ja ich war nicht zu weit vorne auf die angst sondern immer das rein rennen ja verständlich das hat das ist der die man am anfang hatten wir uns den becken steuert hat ja ja so jetzt machen ja auch schwer gewesen ist es nicht so günstig hier was soll der ist noch nicht der wird spacht der match bar der mit sparen ist jetzt nö ok wir gehen hoch wir gehen hoch überredet kann der bauch hoch ja fühlt sich das mit wasser oder hoch schwimmen kann es da schließlich ein lobster nein der springt hast du hierhin ja ja irgendwie mittiger wasser nicht irgendwo an der weite kann doch mal als schießen können wir gar nicht nein nein dann auch darauf schaden zu machen entschuldigung ich lasse ich das natürlich nein du sollst schaden machen mach doch mal schaden ich bin super ausgewichen gerade bist du das nein das auspuff sein oder ein pups sowohl als auch ich habe gewonnen ich lasse es mal durchgehen bitte danke danke und es fliegt immer noch das scherz ja der rechte flüge ist jetzt auch im arsch ja schwerwiegender schaden wer ist der major damage ich mich nicht aufregen balance und so wie er läuft kann ich draußen unter dem schiff das heilige gerade irgendwo speziell ich weiß es auch nicht das was von haben nee ich will da rein das war fies ich hier vor sich runter geschossen ja ich will da rein hier draußen ist nichts für mich hier ok schalter mit zu fühlen sein oder ich möchte auch mal ein käfer haben gut sie nie packt sie manchmal muss konzert hallo hallo ja wir haben alle zeit der welt gut dann du rennst dich um bums auch wohnen runter oder auch was zu essen kommen runter wagt sie das kommt nicht mehr praktisch zu fett der kniet und wir gehen nach rechts ach ja wir gehen nicht nach rechts wicke machst du wollen 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 los der hersteller durch ob es mit dir ich wollte das obst mitnehmen das hast du vergessen und los wie solange ich jetzt weiß wie schneller ja super action nicht ja genau hier mit gerade unten durch ja du machst oben den schalter ja und wie sonne ja scheiße was jetzt kommen wir kurz rutschen was der schalter du hast den ok und du rennst einfach weiter und ich wollte mich gleich zu dir jetzt zum beispiel so wie macht man das im singleplayer man weiß es nicht mal ich war gut nein ich wieder hoch ok völlig umsonst der fahrstuhl ich habe es gedrückt action wo müssen wir jetzt durch das wahrscheinlich ja na klar ich mache ich doch immer recht schon die händen wo du gehst du dir und ich hätte das einsammeln wollen dass ich das fand geht das hält ein bisschen auf die also zu zerstören auch wenn es ein bisschen spaß macht aber nicht auf dauer oder auch das macht auch ein tausendmal noch spaß ja zwischendrin aber permanent hier werde ich keinen bock dafür sind wir dann hin da kommen wir nicht dran ich glaube da hätten wir wieder kommen vielleicht von innen rein heute zwar nicht hier ist gut ja noch zum reaktor wenn sie wenn die wenn wir die jäger auch verlieren das sind im untergang gewalt entspannte leute ein geheimnis das doof ich befürchte so ein boss kriegen wir dort übrigens noch eine tomata scheiß ich bin zu schnell gewesen dankeschön jetzt auch noch die bombski was nicht gesagt wird es immer wieder mit dem kiefer auch nicht bei bossen na gut doch hätte man gerade schon schmeißen können das ist das davon werde vielleicht geschossen ja hier schießt auf den reaktor schießt auf den reaktor du musst laser reflektieren wie machen wir das denn wir müssen nicht reflektieren ja ok von unten kannst du das leser ding wieder ausfahren bitte darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet ich habe den platz gefunden gut hat er getroffen hat er nicht hat er nicht das funktioniert aber auch so nicht oh man wollen wir den bomben hier ist ja nicht verstanden ach man wieso berühmt schlecht diese kammer hallo hast du da über die kanone andauern wieso kannst du dich da hinstellen aber ich nicht ich bin tot getroffen das musst du jetzt machen für die wir sagen du kannst sein wieso fällt es runter okay gut schon mal ich es nicht zu blöd ist warum nicht so passt ja dann schießt jetzt wenn ich nicht oben bin oh fuck mist war getroffen ne dann machst du gut ach das ist sehr gut das habe ich jetzt erst geschnallt gut beobachtet hast du noch nicht gesehen doch jetzt gerade eben auch so oder so eher so ne ne ich würd ok doch doch ich würde auch so ok noch ein Reifen haben oder zwei ne du fliegt immer noch sie gut aus ich befürchte vieles da nicht mehr was da noch fliegen kann äh wir verlieren energie gut 3 und 5 sind ausgefallen schade wir können nicht mehr fliegen wir haben versagt es ist vorbei ja aufpassen crew evakuiert das schiff ja geht runter jetzt gehts doch runter was möchtest du denn haben die frage ist was möchtest du haben schnapp dir was ich nehme das ok ich nehme kibbel ich nehme das jojo ich hatte gar keine wahl du kannst noch was anderes reinspringen du hast noch stein und ninja ne kibbel ist geil kibbel ist super und jojo kibbel ist super kibbel ist super kibbel ist super was was du kannst neue wählen ja ich überlege noch möchtest du ähm ne ich bleib Sir Kibbel Sir Kibbel Sir Kibbel und das überspringe ich jetzt besser ist was ist das ich glaube blieb ok es könnte aber auch feuer sein das weiß ich jetzt nicht um ganz ehrlich zu sein ich hab's berührt auch fies einiger Gahl und Torte kubel dir ein also schweb ich wo bin ich denn ok geil das hab ich mit dem jojo auch noch nie gesehen ok übrigens wenn du das jojo hast nach unten drückst du die Fähigkeit benutzt kreist einmal um sich rum oh oh da kommt Grütze da ey du kannst auch noch oben drücken und Tür und wenn ich nach oben drücke und haue ich mach das so geil bitteschön voll unnötig wo wir hin nach oben ich will an die frische luft wann ist denn ende oben so bitteschön na danke vielleicht ein bisschen weiter runter ja nur ein bisschen na gut wir haben voll Zeitdruck oh Gott warte Kirby ok warte ne du bist komm du darfst nicht weiter ja mann 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 er schaut mit mir richtig hey ey er muss mega cool bam hat dann entscheiden kannst du das wirklich nicht schlecht ist richtig geil jetzt ist jetzt auf die selbst gestellt die sind schon abgehauen damit gleich Zeit für den Endkampf meinst du möglich ist soweit ja ich befürchte was möchte an ihm du auch was wo fangen wir an ich weiß es nicht lassen überraschen kontinu aufstehen weiter geht's das ist doch völlig okay das ist ja auch gar nichts nehmen doch ich sollte ja was ich immer noch holen möchte als stein wird kommen nein ob das ist die schlafpower cool das ist natürlich geil wenn man jetzt hier immer was anderes okay nein ich bin bestimmt nicht den ninja denn was dann in den ja gut wolltest du eigentlich auch nicht du kriegst ja sowieso gleich das schwert richtig weiter versuch wir sind zurück und mit dann heißt ich wollte ich auch verletzen oder klar kann ich dann verstehe ich nicht warum könnte ich so das schwert hier nehmen soll um ein episches aber es fliegt immer noch nur so gerade eben jetzt fliehen wir dann action ich kann gar nicht ich jetzt wird spannend hast du das gesteuert nein das nicht das mache ich jetzt jetzt geht uns mit einer noch ein bisschen auf den keks okay weil ich versuche mal kein quatsch zu bauen und es ist noch bosskampf nee das ist schlicht und ergreif eine flucht okay ja und weiter geht's doch auf meter nicht mal schaden wir haben aber zeitdruck und zwar in norm okay wo das war knapp da war noch 13 sekunden über ja easy und das war revenge of metanheit das war es schon schon ist gut was so ich dachte ich will ich noch eine zweite phase hat er mich ok reicht doch auch das heißt man ist nur noch ein hauptding vor uns und dann auch die mini spieler genau das heißt in der nächsten folge machen wir was wir können die mini spiele zwischendurch schieben und zum krönenden abschluss dann das letzte kapitel machen ich glaube das ist jetzt zusammenhängt besser wenn wir alle kapitel machen oder was auch immer kapitel plötzlich mini spiele ich würde sagen wir ziehen das jetzt einmal komplett durch und hinterher entspannte mini spiele sind ja nicht genau zusammen gegeneinander dann ist natürlich kack wenn du das spiel schon kennst dann ist natürlich im vorteil ja die spiele sind nicht schwierig also entweder du kannst sie oder du kannst sie halt nicht je nachdem eins davon soll ich schon verraten dass das was okay ich meine überraschen als sagen wir sind nicht so schwierig als dass du da großartig vorteile hättest wenn du es kennst oder nachteile wenn du es nicht kennst okay also die mini spiele in viel gespielt nee naja ist einfach keine langzeit motivation bei den dingen auch hier zwischendurch ganz witzig aber aber nichts großartiges so als in der nächsten in der nächsten folge dann milky way wishes ich weiß es gerade nicht copy sieht irgendwie geil aus wenn der irgendwie völliger schwach ist doch einfach einsaugen und verdauen kannst ja wobei nicht zwingend wenn du so einen dicken boss hast wie poppy brother senior hast du ja okay aber wann hast du die copy fähigkeit vor so einem boss eben ja bis neulich und ciao ja